Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Encore von Eminem in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinyl Inhalt. So unter die Links zum Album und Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Encore von Eminem aus dem Jahr 2004. Wir werden das ganze mal aus der Folie befreien und uns dann im Detail ansehen. So sieht das ganze aus. Also wir haben hier den Interpreten Eminem auf der Bühne stehend in Anzug. Hinter ihm ein dunkelblauer Vorhang und hier lesen wir Encore das charakteristische E hier verdreht. Ist ja auch vom Namen, also bei Eminem ist ja auch das zweite E immer in die andere Richtung. Erinnert vom Cover sehr stark an das Cover von Eminem Show, da allerdings der Vorhang rot gehalten. Hier haben wir auch Teile des Publikums, zumindest deren Hinterköpfe und dann haben wir hier natürlich noch den Verbraucherhinweis. Hier lesen wir an der Seite Eminem Encore. Okay, in weiß und orange. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und hier noch so eine Außenansicht des Gebäudes, wo das ganze stattfinden dürfte. Also Encore heißt ja auf deutsch so viel wie Zugabe, Draufgabe. Wir haben hier die Tracklist und wir haben hier auf jeder Seite fünf Tracks jeweils und auch jede Menge Features. Also haben wir unter anderem Features von 50 Cent, Nate Dogg, Orbitrace, StatQuo, 50 Cent, D12, Dr. Dre und noch mehr. Mal 50 Cent. Gut, wir schauen mal hinein. Das ganze lässt sich dann hier aufhalten. Hier haben wir die entgegengesetzte Ansicht zu dem Cover und zwar sehen wir hier, dass hinter dem Rücken eine Pistole in Eminems Hand liegt und hier sehen wir auch das Publikum, das ihm hier zujubelt. Und hier diverse Aufnahmen, hier so kleine quadratische Grafiken. Scheinbar dürfte er dann die Pistole zücken und diverse Leute aus dem Publikum verletzen, anschießen. Dann haben wir hier die Informationen zu den einzelnen Tracks. Also hier die Information, wer das ganze produziert hat, wer gefeatured wurde etc. auf jedem Track. und hier dann noch die ganzen Credits zum Album an sich. Okay, dann schauen wir mal die erste Vinyl an. Kommt in so einer weißen Hülle, Papierhülle. Und dann lesen wir hier Encore mit seinem roten Blutspritzer. Das ist die A-Seite. Und das dann die B-Seite. Hier in der Optik von so einem Schreibzettel, so ein Notizzettel. To my family and all my friends thank you for everything. I will always love you. To my fans, I'm sorry. Okay, das Y ist nicht mehr zustande gekommen. Marshall. Und dann haben wir hier so eine Patrone liegen. Die Vinyl klassisch in schwarz gehalten. Machen wir mal wieder rein. Dann schauen wir uns natürlich noch die zweite Vinyl an. Ebenfalls natürlich wieder in einer weißen Papierhülle. Und diese sieht dann so aus. Das ist in dem Fall jetzt die D-Seite. Dann wieder diese Außenansicht des Theaters oder des Veranstaltungsortes. Und die C-Seite. Hier lesen wir auch wieder Encore mit diesem Blutspritzer. C-Seite. Okay. Gut, ich werde in dem Fall jetzt das Ganze auch wieder hier zurückgeben. Jetzt schauen wir mal kurz rein. Aber ich glaube, dass hier kein weiterer Inhalt ist. Kein Einleger, kein Booklet etc. Nein. Okay. Gut, das war es soweit. Wir fassen mal kurz zusammen, was wir hier erhalten. Also wir bekommen diese Doppel-Vinyl hier. A-Seite, B-Seite und C-Seite, D-Seite. Und diese zwei Vinyls kommen in diesem aufklappbaren Gatefold. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Encore von Eminem. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao. Ciao. Ciao.